Das ist wirklich toll, denn es gibt noch mehr Unterschiede. In den anderen Haushalten gibt es eine russische und eine asiatische Frau. Alles Frauen. Es ist unglaublich, ein Teil davon zu sein. Ich liebe diese Szene, in der ich beinahe nicht angestellt werde, weil ich keinen Akzent habe. Sie klingen so, als wären sie aufs College gegangen. Als ob das schlecht wäre.